Hier bin ich Schaufik von CLS Computer. Jetzt zeige ich Ihnen CLS Gaming Level 2 PC. Er ist sofort startweit. Er hat Betriebssystem mit allem Driver fertig installiert. Er hat 2 Jahre voll ganty, 3 Jahre lang Service. CLS hat eigene Bekistet. CLS bietet auch vor Ort und Express Service. Er hat vorne viermal USB Anschlüsse, davon zwei sind USB 3.0, Sound Anschluss. Er hat eine Intel schneller Prozessor, 16 GB RAM, GeForce GTX 1060 Grafikkarte, 1 TB Festplatte, DVD-Brenner, 750 Watt Next Time. Er hat auch genüge Erweiterungsmöglichkeiten. Sie haben auch Möglichkeiten, Ihre Konfiguration selbst zu bestimmen. Er hat hinten sechsmal USB Anschlüsse, davon vier sind USB 3.0, DeFi, VGA, HDMI Anschlüsse. Außerdem hat er auch Lamp und Sound Anschlüsse. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020